Oh mein Gott! Was ist das? Mach dir die Geräusche, oder was? Geh nicht so nah, nicht so nah. Was ist das, Mann? Hält dich, Mann. Hat der Geräusche gemacht, Mann? Das ist wie ein Pfeil, Mann. Sehr lang, Freunde. Was? Heißt das Ja? Heißt das Ja, oder was? Ja, warte, aber bevor... Du willst die Schuhe, gell? Hier, bitteschön. Weg da, Mann, das ist viel zu gruselig, Leute. Also nach da. Nach da, komm, komm. Wir haben die Schuhe angezogen. Fertig, los geht's. Schau hier, was passiert. Was sollen wir hier machen? Ich weiß, es ist dieser Pfeil, diese Hand, oder was auch immer. Ja, komm, die Katze ist schon wieder. Hey, Süße. Sie verfolgt uns, oder wie wir uns was sagen, Mann. Die Katze ist eigentlich lieb, sie ist keine ganz schwarze Katze. Ich seh gar nichts, es ist so dunkel. Ich seh auch... Hey, da war doch was. Freunde, da war doch grad echt was. War da? Ich glaub, das war nur die Katze. Da wird's doch nicht so'n Schreck, ein Kleine. Du weißt, 3 Uhr, man muss auf alles gefasst sein. Freunde, auf alles, 3 Uhr, immer dieses 3 Uhr. Was ze like? Mal,val,val! Nein, nein, nein! Zum Glück haben wir die Bienesbank waren. Mit denen sind wir so ultra schnell wie Flash! Mein Gott, er folgt uns noch, er folgt uns, er pustet, oder? Ja! Komm zum Auto, Tom! Alles klar! Tom! Nein, Tom! Mach das Auto auf, mach das Auto auf! Was ist denn? Was ist denn? Mein Gott, mach doch jetzt nicht einfach das Auto auf! Der ist irgendwo da hinten, Mann! Der hat kein Gesicht! Der hat kein Gesicht! Weg hier, Freunde! Das war Lidlmann! Lidlmann, Lidlmann, Alter! Lidlmann! Lidlmann, Leib Mann. Da Brazil! Ja!